hmm? Jihah! Jihah! So. Mysteriöses Haus. Mal gucken, was da so mysteriös ist. So, erstmal guck ich hier, ob es hier was Schönes gibt. Nein. So, hier gibt's was Schönes. Geist, komm mal noch ein Stückchen zu mir, genau. Huch. Ich will erst mal gucken, was in der Tür hier ist. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Und so. Und da ganz oben ist gar nichts mehr. Und so kann ich drauf scheißen. Scheißen. Mhm. Egal. Ja. Ja. So geht's auch. So. Alter. Komplikant schrutsch. Na ey. Ich sauch's dir. Ah. Hupf. Ähm. Hupf. 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 Hupf drüber. Ah, ein Boss! ist die musischen sich jetzt platt machen zehnmal hoch ich trete die aber herrlich mann das anders Aha, ich glaub, ich hab da so ne Ahnung Dazu müsst ihr doch nur mal ein Stückchen näher rankommen Scheiße Der bleibt doch akkurat da vorne Das ist unglaublich Komm, du wirst mir ganz sicherlich angreifen Genau, ein Stückchen, noch ein Stückchen Alter, willst du mich verarschen? Da ist hier irgendwo drauf Oh, ein P-Switch Ähm, was bewirkst du? Ah, okay, das war jetzt da überflüssig Schlüssel Continue and save, wir haben eine Abkürzung geschafft, die uns nichts bringt Datei ist Wir müssen Den anderen Ausgang noch austesten So, hier rein Das ist immer wieder da Ähm, ein wenig vorher schon Irgendwie ja, ne? Das ist genau der gleiche Weg wieder Moment Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier hinten war mit den zwei Türen Oh, komm, ich nehm's einfach rein Also das nehm ich jetzt aber jetzt nicht mehr hin Halt die Klappe Dankeschön Die kommen ja auch noch Hab ich das jetzt schon mal drauf verpasst mit den zwei Türen? Scheint fast so, ne? Ja, hab ich Na gut, äh Ich hab doch die hinterste genommen, oder? Natürlich hab ich die Ja, halt die Klappe Und lass mich machen Da muss es doch noch einen anderen Ausgang geben Ach, ist mir egal, grad Ich will jetzt einfach nur So, hier ist Tü Nummer 1 Und wir haben doch Tü Nummer 2 genommen Hier ganz hinten Aber wie's aussieht, kann man da zur, 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 zur selben Stelle, oder? Ist das jetzt anders? Da rein Gibt's hier was? Nö Gibt's auch nichts? Es muss doch irgendwo Hier sein Verstehe ich grad irgendwie nicht Achso, ne Das Da muss aber irgendein Geheimer Ausgang noch sein Den ich noch nicht gefunden hab Oh, ich kann ja gehen hier So, wir haben Die hintere Tür genommen Also das sieht hier schon mal Bisschen anders aus Aber wir kommen wahrscheinlich eh zur gleichen Stelle oder raus Ja, ja Hat das denn vielleicht was mit diesem Ein-Zwischenraum da zu tun So, ich kann mir auch rein Ich sag einfach mal Die hintere Zeit Und dann Ich mach mal mein State hier. Hat das was mit diesem Raum hier zu tun? Hier oben gibt's auch nichts. Da hinten gibt's auch noch einen Tod. Benno, geht's denn jetzt weiter? Wo seh ich irgendwas? Okay, das war jetzt dumm. Ich dachte eigentlich, da wäre jetzt keine Plattform mehr da unten. Den Treffer nehme ich hin. Ja, genau. Ja, genau. Vielleicht... Nee, warte mal, wir sind ja jetzt beim Vorderen. Ich dachte, da würde jetzt irgendwo was anderes rauskommen aus dem Fragezeichenblock. Kann nicht sein. Na, nehm ich hin. Leck mich. Kann doch alles nicht sein. Ja, da drüben müsste es weitergehen. Aber wie? Aber wie? Na, nehm ich... Meile, du sollst da hoch, nicht darüber. Das ist auch... so ich benutze jetzt diese tür m tt 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 und den block da hat es nicht zufällig was zu tun oder mal spring doch einfach nur an den block so nein hat es nicht ja nun bin ich doch hier also keine ahnung wie es jetzt hier weitergehen soll da unten schon mal nicht also leute ich habe keine ahnung wie ich hier weitermachen soll ich mache erst mal ein aufnahmepäuschen weil ich gerade überhaupt nicht weiß wie es wo es da weitergeht auf jeden fall müssen wir hier rüber ich habe keine ahnung wie es dabei geht guck mal ob hause voll am tag und so naja egal wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin leute tschüss 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 tschüss